Ich glaube, jetzt sind sie fertig, oder? Ich glaube, jetzt sind sie fertig. Hallo, kleine Kruppi. Jetzt läuft der Siff oben raus. Hallo, kleine Kruppi. So, das werde ich aber auch verkaufen. Bin ich ganz ehrlich. Das verdicke ich. Woher will ich hin? Ist das doof? In der Kürbis wäre auch nicht das. Das einzige Problem ist wirklich, dass wir keinen scheiß Gewächse raushaben. Ich weiß, daraus kann ich Pfeffer und so machen. Aber komm. Wir haben so viel Zeugs hier drin, hier Rumpflinsen. Hier, wir haben zwölf Pfeffer. Brauchen wir nicht. Zucker haben wir auch noch. Acht Stück brauchen wir nicht. Und das, was wir brauchen, das haben wir nicht. Das ist dann, ne? Ja, ich gehe ins Bett. Gut Nacht. Keine Lust mehr. Gut Nacht. Ist ja auch schon spät. Ist ja auch schon spät. Wenn ich mal immer um 6 Uhr abends ins Bett gehen würde. Level up sind wir nicht. Aber wir verdienen ein ganz bis... Oh Gott. Okay, da unten Nektarrohr. Okay, gut. Wir haben doch noch gut Geld gemacht. Ich würde nämlich gerne nochmal meine Waffe aufwerben. Bevor wir jetzt weiter hüpfen. Wie ein Prinzessinnenhöschen. Wie ein Prinzessinnenhöschen? Ist das, was ich sagen wollte? Ja? Zack. Naja. Monteblank loswerden. Das kann ich nicht. Wenn sie mich schon so doof fragt. Ist ja anything you can't do. Dann Monteblank loswerden. Nicht vergessen. Da hinten müssen wir... Wasser machen. Ich glaube, da habe ich Kürbisse angepflanzt, ne? Hier hinten. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die jemals mal wieder gewässert habe. Ich habe das Gefühl, dass die hier jetzt zu tot sind. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Kürbisse ist teuer. Oh, ich habe die da hinten in der Ecke. Wer hatte denn auch die Idee, die in die Ecke zu machen? Das Ziel ist, dass du mit allem Spaß hast. Das macht doch keiner. Ja, ich weiß, du hast kein Essen mehr. Aber keine Angst! Bitte sehr. Ja, ich weiß, du möchtest mich zusammenschlagen, weil du ein kleines Entchen bist. Achso, du hast hier hinten dein Horn verloren. Naja, dann. So, wir haben Bärensaft. Wir haben so viel Futter und Trinken und allen Lachs, ne? Ehrlich. Wir haben alles da, wir können alles besorgen. Ja, die Schmiede macht erst um neun auf. Aber ich würde gerne. Deswegen machen wir das auch. Ich würde nicht nur gerne, ich mach das jetzt auch. Sagen wir mal, so geht doch am besten die Zeit um. So geht doch am besten die Zeit um. Und wenn wir denn, dann gehen wir weiter. Wir haben jetzt so viel Futter. Hey, nicht gedacht, dass wir jemals mal so viel Futter kriegen. Auf den Lachs-Mädel. Morgen. Ja, Tag. Zehn. Oh, da ist etwas, das haben wir noch gar nicht. Immer noch kein Silbererz. Cheers. Mit Silbererz könnten wir hier bestimmt auch schon längst weitermachen, aber gut. 10.000 und Sachen, die wir noch gar nicht besitzen. Was könnte das denn sein? Wir waren doch jetzt überall. Who knows? So, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Silber, ein bisschen stärker. So, Aria, ich komme. Entschuldigung, ich musste kochen. Ich hatte, ich musste, ich musste, ich musste Prioritäten setzen. Entweder kochen oder die Welt retten. Und, naja. Ich habe mich für kochen entschieden und Geld verdient. Sorry. Die wird mir ja nicht böse sein, denke ich mal. Die wird mir nicht böse sein. Nee, nee. Alles gut. Es ist ja nicht so, dass sie mich jetzt plötzlich angreifen würde, weil sie böse geworden ist. Es ist ja nicht so, dass sie mir nicht besser waren. dieses ding ist echt stark das haut einen ganz schön aua alarmlaser wurde aktiviert sehr gut ich wollte ja auch gegen die kämpfe wegen level und so oder die gläte wieder tot noch ein bierchen kommt ein bierchen mit milch was ein mädchen wir können natürlich einfach durchdackeln ganz ehrlich wir können durchdackeln aber wollen wir nicht aber wir können wir können so vieles in unserem leben durchdackeln durch labradoren dass wir wieder sehen dass da zwei notgeile lkws uns angucken oh ja oh ja oh fuck ja oh ja oh fuck ich bin's nicht ich kann da nix für ihr müsst lieb sein ups ich bin noch ja okay ja das war ja ich habe vergessen dass die türen zu gehen wir haben vergessen dass die türen zu gehen ich habe voll verplant dass die scheiß türen da wir hätten glaube ich gar nicht rennen müssen die wachen nur auf wenn alarm ist ja ja kris ziehen wir mal wieder ein jeld aus dem büchse blöde notsel oder Ich war voll verwirrt, was ich für eine Taste drücken musste. Hat man aber nicht gemerkt, oder? War ich sehr gut. War ich sehr gut versteckt. Hey, ein geräuchertes Ei. Ich müsste mal Gras für die Alte wieder anbauen, da. Ah, jetzt sind wir da gestorben. So ein Schmocks. Das haben wir 1.732.697 Mal. Das reicht. Okay, auf ein neues. War doch gar nicht so schlimm. Mensch, auf ein neues. Cool. Ja, ja, take it easy. Genau, macht dich noch über mich lustig. Das ist dann völlig in Ordnung. Ich würde jetzt gerne vorwärts kommen. Bitte. Es sieht aber auch hardcore aus. Ich laufe einfach nur hin. Zickety, zack und dann weg. Entschuldigung, sterbe hier. Hoffentlich nicht nochmal. Ja, bleiben wir auch. Okay. Jetzt aber. Klub mir. Mir ist egal. Okay, wir brauchen nicht rennen. Ich habe ein Gefühl, wir können diesen Punkt nicht verletzen. Tür eingeschaltet. Das ist ein laser Ding. Ping pong. Puff. Die tun uns nichts. Die haben Schiss vor uns. Die haben einfach Schiss vor uns. Deswegen tun die uns absolut gar nichts. Die Weicheier. Eine coole Abkürzung. Abkürzung. An der Wand sind ein Schalter und eine Klappe. Bei der Klappe steht Probe von Lost Gaia. Die Klappe öffnet sich vielleicht, wenn du den Schalter umlegst. Ja klar, leg alles um. Du legst den Schalter um und die Klappe öffnet sich. Ein kalter Nebel und zahlreiche Zutaten putzeln heraus. Es scheint sich um eine Ernte von Lost Gaia zu handeln. Du erhältst Pulverblatt, Ingwer, Wasabi und verlorenen Reis. Doch mit den Zutaten rollt noch etwas anderes heraus. Es sind gut erhaltene Monster von Lost Gaia. Die Monster sammeln sich kurz und greifen dich mit einem Sprung an. Die springen doch gar nicht. Ich hoffe, dass ich sage, euch kriege ich ja tot, haben wir ganz schön Leben verloren. Danke, du bist ein Schalter. Danke, du bist ein Schalter. Danke, du bist ein Schalter. Das sieht wieder so schaltermäßig aus, als ob das da gleich rumschaltert. Und ich habe schon jetzt keinen Bock gegen den einen Großen da zu kämpfen. Ehrlich, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Weil ich genau weiß, der wird uns so viel Leben abziehen, dass uns wieder alles rausklatscht. Deswegen, da war ich wieder ganz genau. Tür, Laser, Laser-Türen. Ob ich das schwer sehe, ne? Okay, war nicht so schwer. Habe ich doch tatsächlich sehr gut gemeistert. Die Krieg beginnt. Ich werde schon wieder sehen, ne? Naja, schaffen wir schon. Äh, Passwort. Äh, eins. Sechs. Zwei. Null. Passwort falsch. Naja, schade. Habe ich kein Bock drauf. Ich mach dir 800 Schaden. Ja, da, 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 da. Keine Ahnung, wo das Passwort ist. Tschüs. Das tut mich auch nicht. Wir jetzt nach Hause. Schießt ihr mal. Ich sammle Zeugs auf. Ah, jetzt da ist der Knopf. Den wollte ich noch. Den wollte ich noch erreichen. Den wollte ich wenigstens noch erreichen, den Knopf. Dass wir Abkürzungen schaffen können. Deswegen bin ich jetzt nur noch durchgerannt. Ich wollte Abkürzungen schaffen. Was ist das? Da muss ich noch einen Knopf drücken. Für Laser. War nicht so erfolgreich. Aber Abkürzungen. Jetzt können wir erstmal wieder nach Hause gehen, wa? Bei 17 Uhr kriegen wir bestimmt nichts weiteres erreicht. Aber dann haben wir da wenigstens schon mal die Abkürzungen geschaffen. Das ist schon mal ganz viel wert. Wo wohne ich denn? Ach ja, zu Hause. Das ist schon mal ganz viel wert, dass wir da die Abkürzungen geschaffen haben. So, unsere Milch geht nämlich langsam. Tschüss. Essen haben wir genug. Essen haben wir genug. Wir brauchen nicht mehr Essen. Essen haben wir genug. Wir brauchen kein Essen. 999 bei Linden ist fast. Aber wir können Linden hier nicht glücklich. Wir machen Linden nicht glücklich. Verstärke deine Waffen. Repariere Leitern. Baue. Erneuere die Farm. Zerstöre Bereiche. Sammle. Mache Doku-Doku. Herzfirsich haben wir noch gar nicht gefunden. Gar kein Herzfirsich? Ich glaube, das war ein Sommerding, ne? Wann wachsen Firsiche? Keine Ahnung. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Alles möglich. Kühlbären, Weltblatt, nehme ich gerne mit. Mein Rucksack ist voll. Wie kann man denn was? Soll ich ein Eis dabei? So, ja, hier diesen Reiskram. Edelreis, Wasabi, Ingwer, Pulverblatt. Bringt beim Liefern Geld. Für die Herstellung. Verkauft er einfach. So. Ein bisschen Kohle zusammengeschnürzt. Geschnürzt, Alter. Linden haben wir bestimmt damit immer noch nicht glücklich gemacht. Ne, sie will noch, dass wir elfmal Sachen aufsammeln. Habe ich aber keine Lust zu. Hier haben wir auch nichts besonderes Neues, ne? Schicke Zäune. Schicke erneuerte Kugeln, aber... Irgendwie auch nicht wirklich irgendetwas Interessantes, Spannendes, was uns interessant, spannend macht. Aber wir gehen Level up bestimmt. Boah. Ein Schmuck. Naja, tausend Geld. Nicht, man wird das reingeholt, was uns Kreis abgeknäppt hat, als wir fälschlicherweise geschubst worden sind. Als wir aus Versehen in den Alarm gestolpert sind. Oh. Bei diesen abgrundtiefen, riesigen Dungeons rum. Aber wenn wir da durch sind, verprügeln wir Aria. Und dann ist es, glaube ich, vorbei. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, dann ist es selber vorbei. Weiß ich nicht. Okay. Ich bin aber für heute raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Tschüss.